hallo und willkommen zu einem kurzen video über die bakaloo line vergas information zu zeigen und informationen über das strecken auswahlverfahren von dovetail games aber schauen wir uns erstmal wie immer den trailer an ja So, und jetzt schauen wir uns das Ganze noch einmal genauer an. Und Stopp! Das erste, was wir uns genauer anschauen werden, ist einmal oben links die Uhr und der Spiegel, der sich fast daneben befindet. Laut den neuesten Q&A von Dorftail Games wird sowohl der Spiegel als auch die Uhr so funktionieren, wie sie im Trailer gezeigt wurde. Die Uhr wird dann die aktuelle Ingame-Zeit anzeigen und erspiegelt das Geschehen am Bahnsteig. Persönlich finde ich es gut, dass dieses Feature eingebaut wurde, da man jetzt auch eine Alternative zu der im Hut eingebauten Uhr hat, sowie ein Spiegel hat, mit dem man den Bahnsteigen Auge behalten kann. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch angehört, aber als nächstes werden wir uns die Menge an Details ansehen, die Dorftail Games in diese Linie gesteckt hat. Zum Beispiel an der Haltestelle Baker Street. Und das ist noch lange nicht der einzige Bahnhof, der besonders aussieht. Fast jeder Bahnhof hat nämlich ein besonderes Aussehen. Das ist auch der Grund, warum Dorftail Games gesagt hat, dass die Bakerloo Line die schwierigste Strecke ist, die sie je erstellt haben. Auch wenn die Strecke nur 23 Kilometer lang ist, wird sie, wenn sie released wird, 200 Zugverbindungen und 25 Bahnhöfe haben, was im Vergleich zur Schnellfahrtstrecke Köln-Aachen mit nur 49 Zugverbindungen verdammt viel ist. Okay, sorry an die Leute, die jetzt gedacht haben, dass die West Coast Mainline für Transom World 2 kommen wird, aber laut den letzten Q&A von Dorftail Games kann man zum Release von Transom World 2 die Gleise der Mainland weder nutzen noch darauf laufen. Hauptsächlich lag die Entscheidung, die Mainland nicht mit einzubauen daran, dass Dorftail Games einfach keine Züge in ihrer Library hatte, die sie auf der Strecke benutzen könnten, so sind die Gleise fürs Erste nur Dekoration. So, ich weiß, dass wir bereits über Details gesprochen haben, aber da ich letztens dieses eine YouTube Video über das London Road Depot gesehen habe, musste ich einfach diese 10 hier vergleichen. Ich meine, das Bild sieht den Screenshot schon echt ähnlich, oder? Der nächste Punkt, über den wir jetzt reden werden, könnte der Grund sein, warum du überhaupt dieses Video anschaust. Denn jetzt werden wir über den Zugzielanzeiger sprechen. Und ja, der funktioniert tatsächlich. Aber nur solange man pünktlich ist. Denn der Zugzielanzeiger basiert auf dem Fahrplan und nicht auf dem Zug, der als nächstes ankommt. Und nein, die Zugzielanzeiger auf der Schnellfahrtsstrecke Köln-Aachen funktionieren nicht. Zumindest zum Start des Spiels nicht. Die Zugzielanzeiger werden die nächsten Züge, die sich nähern, sowie die Warnung Train Approaching anzeigen, sobald ein Zug einfährt. Das letzte, worüber wir jetzt noch sprechen werden, ist die Vorangehensweise, mit der Dovetail Games seine Strecken für Trains im World auswählt. Also, bei Dovetail Games gibt es um die 14 Personen, die an der Auswahl der Routen beteiligt sind und diese nach verschiedenen Kriterien filtern. Diese Kriterien sind unter anderem die Länge der Route und der Aufwand, der damit verbunden ist, diese Strecke zu erstellen. Wie auch andere Faktoren, wie ob man Lizenzen oder Logos der Züge besitzt und so weiter. Es gibt zwar noch ein paar mehr Faktoren, die bei der Auswahl der Routen, die Dovetail Games erstellt, eine Rolle spielen. Aber da ich dieses Video heute noch fertig stellen möchte, werde ich weitere Fragen dazu in den Kommentaren oder auf den Discord server beantworten. Sorry. Oh, und übrigens, falls ihr denkt, dass eure Route viel zu unrealistisch ist, um angenommen zu werden, reicht sie einfach trotzdem im Forum ein. Weil Dovetail Games auch immer schaut, welche Art von Routen von der Community am meisten gewünscht werden und somit die Chance steigt, dass eine Route genommen wird, die deiner Route ähnlich ist. So, das war's jetzt wirklich mit meinem Video. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Intro und Outro, also das Outro kommt gleich noch, aber wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Achso, und plus zwei Punkte an diejenigen unter euch, die den Teil mit dem Subscribe to TSW4K im Trailer bemerkt haben. Ciao. Bis zum nächsten Mal.